Jetzt erfährst du die bittere Wahrheit über Geflügel, über Salz, über Low-Carb-Diäten, was sie wirklich mit deinem Körper machen und was du stattdessen viel besser machen kannst, um fitter, gesünder und leistungsfähiger zu sein. Und du erfährst einen exklusiven Ausschnitt aus dem Vortrag mit Dr. Brian Clement, in dem er alle möglichen Gefahren hinweist, wie 5G, wie Kleidung, wie Strahlung und zum Beispiel Fertignahrung und was du anstattdessen tun kannst, wie du dich schützen kannst. Und am Ende gibt es eine Überraschung, denn ich habe einen Rabattgutschein für dich, wenn du auf eines der Vorträge mit dem Dr. Brian Clement in Deutschland kommen magst, am 7. und am 9. Oktober 2019. Und wie gesagt, am Ende gibt es noch eine Ankündigung, was diesen Podcast angeht. Bleib also auf jeden Fall dran, die ganze Geschichte heute ist voller Geschenke und voller toller Informationen für dich. Willkommen im Vigen-Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hallihallo, es wird dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend. Mir geht es hervorragend, denn wir sind nur noch eine Woche vor dem großen Event am Montag in der Nähe von Frankfurt. Dr. Brian Clement zusammen mit seiner Frau Anna-Maria Clement, die Vorträge über Rohkost, über gesunde Ernährung, über Entgiftungsmaßnahmen halten, sodass du gesund bleibst, leistungsfähig bist und in deine volle Power kommst. Da habe ich eine besondere Überraschung für dich, denn es gibt einen Rabatt und diesen Rabatt-Code, den findest du in den Shownotes. Nutze den auf jeden Fall. Der gilt übrigens auch für die Videoaufzeichnung. Wir nehmen also in Frankfurt eine Videoaufzeichnung von dem kompletten Vortrag auf. Die kostet nur 9,99 Euro plus den Rabatt, den du bekommst. Da hast du dann vielleicht für 6,50 Euro oder 7 Euro alle Infos an der Hand und wenn du natürlich persönlich kommen möchtest, kannst du mit den beiden auch persönlich sprechen. Jetzt gehen wir erstmal rein in einen exklusiven Ausschnitt aus dem, was Dr. Brian Clement sagt und höre auf jeden Fall auch in die Episode am Donnerstag rein, denn dort haben wir Dr. Brian Clement exklusiv im Interview. Das Ganze ist auf Englisch und dementsprechend jetzt hier schon mal so eine kleine Übersetzung oder eine kleine Zusammenfassung von dem, was er im Englischen sagt. Ja, schön, dass du dabei bist und wir starten direkt rein mit Fisch, also Fisch, Geflügel, Low Carb. Das sind heute die Themen, warum sie überhaupt nicht da gut für uns sind. Brian Clement sagt, Fisch verursacht von Natur aus schwerwiegende Krankheiten und trägt buchstablich zu Krankheiten bei. Ich möchte jetzt keine speziellen Krankheiten nennen. Alles, was sie über die Vorteile oder was du über die Vorteile von Omega-Öl hörst aus Fischen, ist entmutigende Propaganda, die von Industrie produziert wird. Denn das Problem ist, wenn Fische für nur 20 Minuten aus dem Wasser genommen werden, beginnen sich die Körper schon zu zersetzen und die Öle in ihren Körpern werden ranzig. Und selbst die internationale Olig Oil Organization hat die Verwendung von Fischöl nie unterstützt. Sie haben reichlich Forschung betrieben, um seine Krankheiten zu zeigen. Und Quecksilber kann noch eines der schöneren, in Anführungsstrichen, Schwermetalle sein, die im Fleisch von Fischen vorkommen. Ansonsten haben wir DDT, Dioxine und vieles mehr. Natürlich eben auch Mikroplastik, die noch viel problematischer sind. Und es gibt keinen Fisch mehr auf der Erde, der diese Industriegifte nicht enthält. Stell dir das vor, auch unter Veganerkreisen ist sehr, sehr bekannt, dass Fisch mit das vergiftetste Lebensmittel auf diesem Planeten ist. Leider, leider müssen wir sagen, wer ist daran schuld? Ich denke, das haben wir uns auch selber zuzuschreiben. Also Finger weg von Fisch, auch wenn es eine sehr, sehr reiche Proteinsource ist. Du wirst aber diese Proteinsources eh nur zur Hälfte aufspalten können oder vielleicht sogar noch viel weniger. Also das Protein ist viel schlechter verwertbar, wie zum Beispiel aus gekeimten Produkten. Und dementsprechend brauchst du gar nicht so viel Protein. Und es ist sogar wohl schon jetzt rausgekommen, dass in einer kleinen Auster über 1500 Mikroplastikteilchen drin sind. Also wenn selbst in einer kleinen Auster so viel Mikroplastikteilchen drin sind, möchtest du den ganzen Fisch bestimmt nicht mehr verzehren. Ja, dann haben wir Geflügel. Dazu sagt Dr. Brian Clement, dass diese vier fliegenden Kreaturen, die eben zu Geflügel zählen, die Landschaft hübsch und runden sollen und sie nicht auf diesem Teller landen sollten, denn sie enthalten einen höheren Fettgehalt als rotes Fleisch und werden fast ausschließlich in landwirtschaftlichen Betrieben in Klammern angebaut. Also das muss man tatsächlich so sagen. Wo kriegst du quasi noch irgendwie Wildgeflügel her? Fast überhaupt nicht. Und auch sogenanntes biologisches Geflügel, das in direkten Zusammenhang mit höheren Konzentrationen der drei Hauptkrankheiten steht, ist auch keine Lösung. Geflügel, was einst als Fleisch der Armen galt, hat den unverdienten Status eines besseren Steaks erlangt, aber Antibiotika-Resistenzen entstehen meistens durch hohen Geflügelkonsum, weil eben diese leider, diese armen Gefährten einfach leider meistens wirklich industriell gehalten werden und gar nicht mehr aus der Natur stammen, die die Natur gar nicht gesehen hat, natürlich sehr viel mit Antibiotika gefüttert werden, mit Mastfutter gefüttert werden und dementsprechend solltest du um Geflügel einen hohen Bogen machen, auch wenn hier wieder ein hohes, hohes Proteingehalt dasteht und vielleicht es eben auch gut schmeckt. Ja, dann haben wir noch Low Carb. Das ist natürlich problematisch, denn auch ich oder viele andere setzen öfter mal auf Low Carb, um abzunehmen, um kurzfristig besser auszusehen, definierter auszusehen. Ich kann dir sagen, die beste Low Carb-Diät ist eine Rohkost-Diät. Wenn du also das nächste Mal Low Carb machst, steig einfach mal eine Woche auf Rohkost um und du wirst automatisch abnehmen, du wirst automatisch definierter aussehen. Schau mal in unsere Facebook-Gruppe, da habe ich heute ein Video gepostet bezüglich meiner Definition, nachdem ich bestimmt 70, 80 Prozent rohkostlich esse. Also ich kann bestätigen, dass Rohkost absolut die Definition fördert und Low Carb-Diäten sind laut Dr. Brian Klement genau das Gegenteil von dem, was der Körper für Gesundheit und Langlebigkeit benötigt. Alle Studien einschließlich eines Berichts der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, weisen darauf hin, dass eine Ernährung, die reich an unverarbeiteten Kohlenhydraten mit einem Anteil von bis zu 90 Prozent guten Kohlenhydraten, fünf Prozent vollständigen und verwertbaren Proteinen und fünf Prozent essentiellen Fetten ist, das beste Verhältnis für die Aufrechterhaltung von Gesundheit und Langlebigkeit darstellt. Im Bericht über die Blue Zones, die ich auch schon häufiger in diesen Podcasts vorgestellt habe, dort, wo die Menschen am ältesten, am gesündesten und am glücklichsten werden oder sind, leben die am längsten lebenden Menschen und diese halten sich in der Regel an diese Diät und dementsprechend hast du jetzt auch schon genau die Lösung gefunden, was du anstatt dessen, statt Fisch, Geflügel, Low Carb und Co. natürlich stellen auch Eier dazu, Milchprodukte dazu und vieles mehr tun kannst. Ganz klar, enzymreiche, lebendige Nahrung, hoher Rohkostanteil, ab und zu mal gerne was cheaten, mal eine vegane Pizza dir gönnen, die du selber gemacht hast, mal ein schönes Brot backen, einfach auch den Genuss mit vorne ranstellen und ganz, ganz wichtig, jetzt kommen noch zwei, drei richtig, richtig gute Tipps, wie du zum Beispiel eben auch dich vor Strahlung, dich vor schlechten Klamotten und vieles, vieles mehr schützen kannst. Ja, weitere Ausschnitte aus dem Vortrag von Dr. Brian Clemens sind, wie stark auch 5G die Strahlung oder jetzt auch 4G dich schädigen kann, wie stark Fertigprodukte dich schädigen können und auch die falschen Klamotten. Also das hat mich am meisten überrascht, da habe ich überhaupt keinen Fokus drauf gehabt. Die Kleidung, die ich anziehe, wenn die eben in Billiglohnländern produziert wird, wo vielleicht sogar noch mit Kinderarbeit rumhantiert wird, dann werden da ganz, ganz viele Chemikalien genutzt und über die Haut nehmen wir ganz, ganz viele Gifte auf. Dementsprechend achte da wirklich darauf, dass diese Kleidung, die du dir kaufst und anziehst, wirklich relativ chemiefrei hergestellt wurde, in Deutschland hergestellt wurde und gewisse Siegel trägt, die eben dazu beitragen, dass dort keine giftige Chemie enthalten ist. Und zweiter Tipp, halte dich auf jeden Fall fern von Fertigprodukten, vor allem die du in der Mikrowelle erhitzt, denn da ist eine ganz, ganz perverse Strahlung, die nicht gut ist für die Zellen. Alles Mikrowellen essen oder teilweise auch alles Fertignahrung hat, letztlich nur noch tote Strukturen in sich. Das heißt, das sind dann leere Kalorien, die du in dich reinschaufelst und es gibt auch wohl Studien dazu, die eben Langzeitstudien darstellen, wo eben Menschen sehr, sehr lange mit Fertigprodukten eben auch gefüttert oder bedient wurden und die dann quasi schlechtere Werte aufweisen. Man kennt das ja von den ganzen McDonalds-Studien, also einer der Filme, die es da gibt, wo er sich eben 30 Tage nur von Burgern ernährt und wo er dann ganz, ganz schlechte Werte bekommt. Also Fertignahrung meiden und natürlich eben auch Strahlung vermeiden. Nutze am Handy immer, immer Stöpsel, also beziehungsweise ein Headset, am besten ein kabelgebundenes Headset, dass du nicht auch die Bluetooth-Strahlung da mit dran hast. Halte das Handy immer sehr, sehr weit weg. Vor allem während dem Wellvorgang, also während dem Aufbau der Verbindung, ist letztlich nochmal die größte Strahlung da. Da solltest du auf jeden Fall achten, dass wie beim Flugzeug, wenn es landet und wenn es aufsteigt, vor allem wenn es aufsteigt, da muss es die meiste Energie aufwenden. Da geht schon sehr, sehr viel von dem Sprit drauf und so ist es eben auch beim Aufbau der Wellverbindung. Also da auf jeden Fall das Handy weg vom Kopf halten und immer auch Handys von den Kindern fernhalten und letztlich öfters in den Wald gehen, öfters dahin gehen, wo störungsfreie Zonen sind. Und ja, einfach dagegen oder dein Laptop auch schützen mit solchen Accessoires, die es gibt. Auch die habe ich mir gekauft. Da solltet ihr eben auf jeden Fall drauf achten, um eure Gesundheit zu schützen. Ja, jetzt hier nochmal die kleine Ankündigung. Wie gesagt, wenn du noch als einer der letzten Tickets, die wir noch haben, ich glaube für Berlin haben wir noch 15 Tickets für Westhofen, bei Frankfurt, bei Mainz, bei Mannheim liegt das. Da haben wir noch 25 Tickets. Wenn du eines der letzten Tickets ergattern möchtest, wenn du mit Dr. Brian Klement oder Anna-Maria Klement vielleicht sogar persönlich sprechen möchtest oder eine persönliche Consultant haben möchtest, dann melde dich auf jeden Fall jetzt dort an. Geh in die Beschreibung dieses Podcasts, also in die Shownotes. Dort findest du einen Code, den kannst du dann auf der Landingpage oder auf der Ticketseite eingeben und sparst nochmal 25% auf deine Buchung. Viel, viel Spaß damit und jetzt gibt es noch eine kleine Ankündigung zum Podcast. Wir haben bisher immer nur oder immer drei Sendungen pro Woche gemacht. Wir haben aber herausgefunden, dass wir eben die Superboost-Episode, die immer Dienstags erschienen und die Question and Answer-Episode, die immer Sonntags erschienen, gerne zusammenlegen wollen und dementsprechend werden wir in Zukunft Donnerstags und Sonntags auf Sendung gehen. Freue dich da auch. Also auf weiterhin gute Qualität, tolle Interviews und dann eine noch bessere zweite Episode und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebes. Stay healthy, stay vegan, eat you broccoli. Komm auf jeden Fall zu einem der Prime-Claiming-Events. Dort lernen wir uns auch persönlich kennen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Leute auf der Revolution Inspire wieder kennengelernt, die meinen Podcast hören. Vielen lieben Dank, dass ihr auf mich zukommt, dass ihr euch meldet und es ist immer wieder schön, euch zu hören. Schreibt mir gerne eine E-Mail an christian-wenzel.com was euch gefällt, was euch nicht gefällt und vieles, vieles mehr. Ich freue mich immer auf euch. Danke, dass es dich gibt. Sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Geschenk und bleibt mir weiterhin gewogen. Alles, alles Liebe, euer Christian. Ich freue mich.